Peter! So wie du, wenn du Whisky getrunken hast. Was ist das denn jetzt hier für eine Anfeindung? Naja, eine bestimmte Person ist halt nicht da, ne? Das würde ich diese Anfeindung ja mit dieser Person austreiben, ne? Tettensäge. Habt ihr da mal gefälligst lieb? Agro bin? Ist das berechtigt? Ich glaube nein. Agrohase! Dip, 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 dip. Nein? Okay. Warte, ihr habt einen Molli für mich stehen lassen. Oh, ihr mögt mich, nicht wahr? Äh, 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 äh. Komm, bist du nicht? Was machst du denn überhaupt? Ich wollte hinterher was aufheben, man. Achso, ja, okay. Hat einen Molli, ne? Er hat eine Kettensäge. Und einen Molli. Er hat eine Kettensäge. Und einen Molli. Die brändende Kettensäge. Er hat keinen Plan, sie taktisch zu benutzen. Wär schon cool. Eine brändende Kettensäge. Ja. So an sich, so von Artwork her, so für World of Warcraft oder sowas, kann ich mir durchaus gut vorstellen. Die brändende Kettensäge, ja. Eine brändende Kettensäge. Ich hoffe nicht. Einfach mal weil. Yes! Los doch, Jungs! Ich brauche Hilfe! Schläge am Boden. Die Perspektive kenne ich heute schon. Hat der Hohndschirn gemacht oder liegt der Mammut? Das ist ehrlich sein. Noch einmal. Du bist der Leben. Okay. Ist aber schön, ne? Guck mal, alle haben noch volles Leben, ne? Und ich bin grau. Was? Oh, cool, ein Hebel. Don't do it. Don't do it. It's too late, buddy. Yes, done it. Wir sind tot. Vielleicht sollten wir uns im Haus verstecken oder so. Quatsch. Denk dran, ich hab'n Molly. Ja. Dann komm' mal Boomba-Galle hin. Kann mal sehen, was passiert. Super. Junkie. Das ist gut. Könntet ihr euch mal nicht ganz so verteilen? Ich kann mich nicht... Awww. Lauf du in die Kettensäge. Lauf du! Lauf du! Lauf du in die Kettensäge! Wir tun's tatsächlich! Zurück zum Bipoomaller! Lauf du in die Kettensäge! 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 Lauf du in die Kette. Lauf du in die Kettensäge! Lauf du in die Kettensäge! W Только hier alle von enßen Schatten! Ja! Aber wo du erst neben mir sitzen würdest. Hör ich das nächste Mal Sommer, oder? Nein, nein. Macht das doch mal leid. Und ihr sucht euch einen anderen Deppen. Ist das Nummer 6, Nummer 7? Na, bestimmt. So, jetzt aber noch mal ordentlich. Ich bin weg. Macht's gut. Hast du zu viele Pixel-Mann gespielt oder wie oder-wat? Was? Du bist in Holydoten zusammengeraten. Du bist jetzt Brayner-AFK. Ja, das sowieso. Das bin ich immer. Meist so. Durch diese Deppen noch mehr als sonst. Ach, nee. Oh, mein Gott. Jetzt erstmal über seine Pixelmongemeinde herziehen. Ja, das sind sowieso die größten Spinner ever. Hey, hey. Hey, hey. Darf mich jetzt anzuschießen hier. So ein Dreck. Also wirklich. Immer werden Unschuldige mit Leidenschaft hier gezogen. Mit mir können wir einfach nicht gewinnen. Oh nein, er hat schon wieder. Aber er hat den Molly nicht bekommen. Was ist schlimmer? Keine Ahnung. Ja, komm. Jeder darf einmal. Komm, für die Aktion vorhin hast du es verdient. Ja, auf jeden Fall. Hat er. Konnte es einfach nicht, ne? Weißt du Bescheid. Kanister am Boden. Wiederhole, Kanister am Boden. Er ist gerade irgendwie weggeflogen. Ja, ich habe es auch gesehen. Besser so. Frag mich nur, wieso nicht. Ach, er. Okay. Weil irgendwas explodiert ist. Schön über den Zaun geschmissen. Nein, ich habe dich nicht über den Zaun geschmissen. Habe ich es genau gesehen. Habe ich voll krass Video beweist. Weiß ja, bin geschissen. Weiß ich nicht, aber ich habe sein Kanister entfernt. Wohaha. Und ich habe keinen Molly. Wohaha. Wohaha. Na, ich. Ja, ich wollte es auch gerade greifen. Mhm. Äh, hier ist auch kein Flix. Ich habe nur eine Axt, falls sie einen haben will. Oh ja, es hilft euch. Wie, was, wo? Äh. Ich nehme mal das hier. Äh, ich wollte schon sagen, ich habe Molly, aber es ist nur eine Pipe. Nein. Ich habe Molly! Oh, die schief. Es ist ein Hunter. Ich habe Molly! Der Zaun ins Moka. Scheiß auf, nein, ich habe Molly! Moka! Ja. Danke, Moka. Und der Hunter ist hier rechts. Da ist mein Hunter! Ha! Von links nach rechts geschlagen. Jo, Ping-Pong-Hunter! So was soll es auch geben, ne? Jetzt schon. Bin der langsamste... Warum nur? Weil ich down bin. Verdient! Verdient! Das ist einfach sein ganz spezieller Skill. Ja. 100% Skill-frei. Ja, aber das machst du wenigstens kontinuierlich, ne? Mit System. Da enttäusche ich niemanden. Ja. Fack mich mal. Bist du enttäuscht? Sagen wir eher allgemein unzufrieden. Ja, bist du wieder grau? Eww. Warum, du musst schon aus dem Weg gehen, wenn der auf dich zugerannt kommt. Und da kann man aus dem Weg gehen. Ja, da kann man aus dem Weg gehen. Das glaube ich nicht. Da musst du ihm sich Fähne im Weg stellen. Eldenmutig entgegenstellen. Ja. Er hat schon Molly, dann ist das auch egal. Bedeutet, er wird ihn wieder da in den Raum schmeißen. Das ist ein Hebel. Ich werde mich voll da umhauen und ihn da liegen lassen. Halt mich mal eben schnell noch. Da kommen sie! Ach. Wo kommen sie? Ich sagte drei Stunden vor Bescheid hier, ist ja nicht wahr. Irgendwo den Molly bestimmt wieder hinwerfen. Den Safe-Room schmeiß ich den. Ja, dir traut man das ja zu. Komm nicht raus. Du bist doch schon draußen. Da, da. Ja, kommt da. Yay, er hat mich. Ja, okay, das können wir ja so lassen. Okay, das können wir ja so lassen. Das ist ein Jockey, das ist ein Jockey. Mhm. Morker irgendwo. Da hab ich auch gehört. Äh, da. Ach komm. Nicht alle auf einmal hier. Da. Bin da und... Los. Das ist der Hunter. Auf mir. Ey, diesmal ist nicht mein Molly, der uns auseinandernimmt hier. Nee, ausnahmsweise meine ich. Das ist einfach euer fehlender Skill. Nee, das schaffst du nicht. Nein! Oh, okay. Nein! Schieß auf die Zunge! Zwift die Zunge! Ja, nee. Oh, Mann! Nummer 8? Nummer 7? Bestimmt. Aber es lag nicht an mir. Doch. Immer nicht an dir. Weil du den Molly nicht schmeißen wolltest. Ich wollte ihn schmeißen. Nur jetzt noch nicht. Ah. Weil du ihn nicht taktisch verwenden wolltest. Weil ich es ihn nicht taktisch verwenden kann. Nach eurem Ermessen. Weil ich es ihn. Folge einfach nur meinen Anweisungen. Was sowas betrifft. Hm, nein. Ich bin der Käpt'n, verdammte Scheiße! Scheiß auf den Käpt'n! Weiter rein? Oh, yeah. Ich bin der Käpt'n. 3 Paddel! Das ist seltsamerweise, wie ein Schwert klingt. Money! Cricket Schläger, aber bei mir ist es ein Cricket. Ja, Paddel, Cricket Schläger, Paddel, Verarme, irgendwie sowas. Irgendwas, was Schaden macht. Ja, aus Holz und wie ein Schwert klingt. Char-Char! Jockey! Jockey down! Au, 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 au! Langsam krieg' ich das auch in die Viecher, halt so zu killen. Wird doch Zeit. So das Jockey find' ich eigentlich relativ einfach. Jetzt. Aber ich hab' am Anfang ziemlich Schwierigkeiten mit denen. Ah, Hunter. Könnte das Mammut vielleicht nicht allzu weit vorrennen? Ich bin doch nur beim Hebel. Oh, noch verrecken. Ich bin doch noch durch den Hebel. Jo, mach ruhig. Ja, mach ruhig. Ja, dann mach mal. Ich mache. So, tot. Ich würd sagen, wie viel verbarrikadiert ja noch zu irgendwo. Wer ist das bei Fuß? Ja, ja. Tuch? Wow, wow. So, ich lass mich jetzt ja ballern. Meins bitte, ob ich sie tot? Ein Molli von mir und ihr seid auch tot. Das ist der Char-Char, der mich erstmal abholt hier. Sehr nett. Ist ja erledigt. Und jetzt kommt nur noch das Spitter. Jo, alles weg, was hier durch diese Tür rein will. Unsere Chancen steigen antiproportional mit Mammuts Lebensbalken. Immerhin steigen sie. Hast du den Hebel denn betätigt? Klar. Ich wär' doch nicht Mammut, wenn ich nicht den Hebel drücken würde. Richtig oder richtig? Das ist der Char-Char, der mich getötet hat. Sehr schön. Und ich hab' ihn getackert. Ich will nicht wissen, wen du tackerst. Den Tacker. Hat er nicht gesagt. Hab' ich gesagt. Guck mal, in Nahkampf. Immer gut. Supergeil. So, sieht gut aus, ne? Fangen wir los. Ich war eben schnell. Jupp. Noch ein Char-Char. Ist gegen Wand gelaufen. Kack, Boon. Ich fäng mich durch. Ich fäng mich durch. Scheiß machst du. Ich mach' den Pfeil. Ich mach' den Pfeil. Ach, Boon. Was zur Hölle soll denn das? Oh, da hinten ist der Smoker. Der kriegt dich, der kriegt dich. Ja, da gar nicht, denn ich stehe taktisch hier hinter dem Auto und der weiß gar nicht, wo ich bin. Siehste, der kriegt dich doch. Das ist... Aber jetzt ist der Weg frei. Der Weg ist frei. Freiheit. Kein Mammut im Weg. Ich sag' ja, unsere Chancen zu steigen. Ja, ich bin da. Geht drastisch ab. Oh. Gibst du? Ja, ich bin auf. Danke. Da kommt irgendwas. Alles klar, alle aus wo. Ich hab' Pillen zufällig? Nein. Doch. Da müsste auch noch ein Molly liegen. Unwichtig. Hat er nicht gesagt, ne? Ich heil mal Vestas. Das meinte er jetzt nicht so. Oh, ne. Aber komm, die Szene ist jetzt vorbei und wir haben eigentlich alle relativ viel Leben. Spannung geht's erst. Ja. Das ist deine Ansicht, die Dinge. Und fürs Zurücklassen. Ihr könnt mich da doch nicht im Raum versauern lassen. Okay, ihr könnt. Wir gehen da doch rein. Bis zum nächsten Mal. ждen Rates und es gibt noch's. Ja. die時候 noch was Music Communrière. Vielen Dank.